Lass uns beginnen. Gut dann. Wie warst du? Okay. Komm in, wenn du es möchtest. Das ist jetzt nicht unbedingt der stärkste Gegner. Wie viel? Ich werde nicht zufrieden werden. Das Viech hält was aus. Sagen wir es mal so. Erst mal das Ding weg. So. Keine Ahnung, wie ich das gerade gemacht habe. Weil es zwar absehbar, dass es nicht die Schwäche sein wird. Aber hey. Bring it on. So. Okay, dann nicht. Wo müssen wir sprechen? Okay. Das ist gut zu wissen. Und ja, komm. Analysieren wir mal. Blitz. Okay. Das heißt, hier können wir im Donner-Problem ein bisschen was erreichen. Ist gut zu wissen, ja. Doch. So. Und das war dann richtig geraten. Hahaha. Das ist da der Startdruck dazwischen hin. So. Okay. Okay. Gut. Das war das. Ja. Hm. hier we go wow wow hier ein bisschen Blitzschaden wobei warum eigentlich das wollte ich sagen aber hey, nur ist passiert 9 wow richtig viel Schaden ich bin ja überrascht aber nicht positiv nicht 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 ich mache mein Best ich glaub das lass ich also das fiech hält ordentlich was aus es nimmt nicht viel schaden von den meisten meiner kommen versuchen wir schon mal dreifach angriff was 62 prozent chance kann ich die zweimal vergeigen das ist statistisch für sieben ist egal egal hier noch mal ein break immer noch so jetzt aber dankeschön und wir schmeißen raus das donneröhrlicht ja nutze ich eh nicht so ich habe 3000 Punkte bei der Filie gesehen Eulen-Säure so okay dann jetzt auf beiden Laufbahn nur noch die jeweils letzte Fähigkeit ich sollte reden lernen okay ähm ähm ja ja doch stimmt ich wollte mit äh mit Pirion Händler als Zweitlaufbahn ich hatte halt überlebt Krieger aber nee ich wollte Händler naja bei den Laufbahnen da mache ich mir später noch mal ein paar mehr Gedanken L-Truppe M ok nehmen wir mit Strand der Mondsichtigen waren schweinunddreißig what sind wir hier richtig ja sind wir heilige warum ist das so ein hochleveliges Gebiet dass wir hier durch müssen das finde ich nicht cool das finde ich gerade echt nicht cool um ehrlich zu sein aber ich sehe dort schon einen Schwein und da will ich hin ok ich teste heute Volumen ist ich werde nicht dein Geist hier geht nichts ok ich werde nicht dein Geist vielleicht Feuer ja zu kurz von den kleineren ok ich werde dich abrufen später nicht gut komm wenn du dich abrufen und wie sieht es aus mit Bögen der große ok der große hat eine hohen schwäche das finde ich schon schön bis ich vor dem könig so schauen wir doch mal Spiere jo auch schwäche sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut ok Wahrscheinlichkeit ist hoch dass das äh nicht der Stapel ist ich werde es überraschen weil ich es nicht mehr sehen kann naja so ist so hier wie hier sagt 31. Oh, wow. Mist. Shit. Naja, egal. So. Voll starte. Okay. Da ist ein Quest geben, aber der ist mir jetzt gerade mal relativ wurscht. Hier irgendwo ist ein Schrein. Da will ich rein. Schrein des Sendlers. Ah, perfekt. Perfekt. Eine Stimme heilt in eurem Kopf wieder. Seid gegrüßt. Ich bin Bifelgan, der Händler. An euch wende ich mich und euch übermittle ich das Wissen des Himmels. Okay. Sehr schön. Damit kann Tyrion seine Händlerlaufbahn einschlagen. Yay. Das ist gut. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Warte. Na ja. Noch irgendwas Interessantes. Nö, sieht nicht so aus. Okay. westlicher goldstadestrand immer noch gefaunschte 31 ich dachte es ist 24 sehr geizig alles misst die hälfte meines gewinns gekostet klar er beschützt uns vielleicht von den übergriffen aber was ich habe nichts gesagt was auch immer du nicht gesagt hast große hude und goldstarde auf nach goldstarde das stimmt ich hatte etwas zu erledigen richtig elf ins nächstes kapitel deine reisen führen dich nach goldstarde wo ein fieber ausgebrochen ist du machst dich an die arbeit als du von einem gerücht hörst was bisher geschah alfion ließ sein verschlafenes dorf hinter sich um den leidenden linderung zu bringen er nahm für seine dienste keinen lohn um den mann zu ehren der einst sein leben rettete mit den worten seines freundes ist selbst im herzen wanderte er von stadt zu stadt bis sein weg nach goldstarde führte in diesen idyllischen städtchen am meer gab es sicher menschen die seiner hilfe bedurften es geht doch nichts über eine kleine stadt am meer wir lagen vor madagaskar und hatten die pest an bord und ja die melodie passt gar nicht ah dieses meeresluft diese meeresluft 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 schwimmen gehen? warum eigentlich nicht hast du schon gehört den alten sieg hat es auch erwischt damit sind schon zehn in einer woche das fieber greift schnell um sich was sollen wir nur tun da du es gerade sagst ich habe gehört dass jemand mit apotheker bisschen in die stadt gekommen ist das spricht sich aber schnell rum ja neuigkeiten verbreiten sich schnell angeblich äh angeblich hat sie ein tonikum angerührt das einen jungen über nacht vom fieber befreit hat da waren nicht viel gemeint sie also bin nicht ich also bin ich nicht der einzige apotheker in der stadt interessant das tut weh aus die kleine niedlich also eine junge dame hier du hast etwas verloren eine muschel bedanke schock anscheinend hast du dir das knie aufgeschürft darf ich mal einen blick drauf werfen ouch ich wette das tut weh ich kenne das weil ich immer über meine eigenen beine stolpere aber jedes mal wenn man sich wieder aufrafft fühlt man sich gleich viel stärker das sollte helfen das ist ein wenig ähm das ist ein wenig meiner besten medizin danke fremde ich bin ellen hi es reimt sich fast naja das ist großartig toll seid ihr ein medizinmann ha 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 etwas in der art der begriff apotheker passt besser wow ui ich hab noch nie einen getroffen freut mich euch kennenzulernen hier pockentäter aber alfin reicht hey alfin du hast mir einen gefallen na los es geht um meine schwester sie hat fieber bekommen und liegt schon die ganze zeit im bett immerzu weint sie und egal wie viel sie schläft es wird immer schlimmer sag nichts weiter ich bringe sie wieder auf die beine immerhin sind wir apotheker ja genau dazu da oh vielen dank wir wohnen gleich dort drüben dort drüben na denn erstmal was haben wir hier so an äh an apothekerbedarf das wollte ich sagen äh ja aha 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 ja ja mensch hm ist jetzt ja nicht so das meiste ach meine karavane wurde von baditen überfallen sie haben ja alles geraubt wenn ich keinen anderen weg als diese verdammte landstraße finde bin ich schon bald nicht mehr im geschäft das ist nicht so toll naja schauen wir doch mal bei der schwester vorbei wohnen 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 gibt es noch hoffnung für sie gute frau es ist nur das fieber das gerade kursiert meine medizin wird sich schnell wieder auf die beine bringen wie und flinn hat es geholfen ja oi ich fühl mich schon viel besser oh mein fühlt nur ihre stirn das fiber ist fast weg ach wie können wir das je wieder gut machen seit ihr vater gestorben ist muss ich mich alleine um die beiden kümmern ich fürchte ich habe kein geld meine sympathie mein beileid und keine sorge eure lieben worte sind bezahlung genug für wirklich ihr seid wirklich zu gütig gute frau ich erledige nur meine arbeit und damit bin ich auch schon wieder unterwegs ach eine sache noch so sollten zum turm zurückkehren dann zögert nicht mich zu rufen da bin ich wo ist meine patientin wie ich hörte leidet hier ein armes mädchen an fieber okay sie ist gleich dort helfen oh aha halt mal still dann kann ich deine stirn ha sie scheint mir völlig gesund zu sein hey allen was hast du dir dabei gedacht du kannst doch nicht einfach so einen zerlummten fremden ins haus mitbringen entschuldigung gute frau aber ich bin apotheker wisst ihr wirklich ach seid ihr das das mädchen ist bereits von einer echten apothekerin behandelt worden ich fürchte halt wir brauchen eure dienste nicht guten tag mein herr ich bin entschuldigung ich bin entschuldigung tut mir leid ich wusste nicht dass es noch eine pop-täterin in der stadt gibt ach mach dir deswegen keine sorgen deiner schwester geht es besser und das ist doch was zählt oder ja trotzdem vielen dank alfin tja dann pass gut auf dich auf und hol dir keine erkältung du aber auch jo das muss die apothekerin gewesen sein von der alle hier sprechen die stelle des mädchens war nicht einmal warm wie auch immer meine geheimnisvolle rivalin ist sie versteht ihr handwerk was würde ich nicht dafür geben an ihrem wissen teilhaben zu können das kann ich irgendwo nachvollziehen fände ich persönlich auch sehr interessant hoho ihr habt ein bewundernswertes talent heilersalben herzustellen naja ihr könnt stolz auf eure schwertkunst sein und ich habe eben meine medizin so ist es mein freund weder heilkunst noch kampf sind wettbewerbe doch hoffen wir alle auf unserem gebiet die besten zu sein und kollegen desselben fachgebiets zu treffen kann dazu beitragen sich noch mehr zu bemühen als üblich zumindest ist das unter schwertkämpfern so bestimmt habt ihr schon konflikte mit rivalen ausgetragen gegen die ihr keinesfalls verlieren wolltet das dürfte wohl für alle gelten aber im gegensatz zu schwertkämpfern gibt es viel zu wenig gute heiler auf der welt das sehe ich genauso also muss ich immer besser werden um so vielen menschen wie möglich helfen zu können eine edle Einstellung Jo 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 Stimmt wohl Bei einigen Jahren sang unser Chef in einem Unwetter während ein Großteil der Mannschaft an Land gespült wurde ist unser Käpt'n seit hier Spurus verschwunden die Mannschaft gab irgendwann die Suche auf und jeder ging seiner Wege aber ich glaube immer noch dass der Käpt'n überlebt hat er war ein großartiger Mann man konnte ihn immer an seinem Longboard erkennen solltet ihr ihm je begegnen bringt ihn zu mir ich würde mich sehr freuen ok ach ich hatte einmal einen Namen ich war der Söldner der ganz alleine eine ganze Kompanie erledigt hat ja die 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 Untertitelung des ZDF, 2020